so hallo meine freien und herzlich willkommen zurück zu let's play der herr der ringe der krieg im norden ja ich hoffe jetzt erst mal ganz ganz heftig für euch dass die aufnahme perfekt läuft oh gott da kommen sich schon da ich gerade am rendern bin und ja da wissen wir ja ist es nicht immer so was das denn für einer sind noch stunden zu vertreten exploder papa Oh man, die ist ja krank, hä? Was, wo ist dies? Schön, wie ich mich um die eine Seite kümmern muss. Ups, soll ich ein bisschen verzogen? Und die sich um die andere zu zweit kümmern, aber okay. Wie sieht's aus? Wollen wir jetzt einmal weiter? Die Zahlen, die Zahlen. Ich spiel hier keinen Manager. Oh, ab. Ich sag mal, ich hab heute Problem mit der Maus. Wir kämpfen wie eine Einheit. Fuck. Das hat Auer gemacht. Jetzt müssen wir uns wieder Augen aufhalten. Zwecks denen. Da kommt wieder der Nächste. Geh drauf. Ist halt schon echt recht hartes Gemetzel. Okay, da ist keiner mehr. Jetzt laden wir einen Waldläufer kennen. Jesus. Ich hocke auch so blöd da heute. Wartet mal, kurz. Okay, jetzt. Hallo. Schön, dass ihr jetzt kommt. Ähm, was denn dieses Zeichen? Links oben. Wart mal, was ist das? Müssen wir erstmal hier. Statistik. Wir können auf jeden Fall noch nichts vergeben, glaube ich. Da haben wir neue Fähigkeitspunkte. Drei Stück. Oh, ja. Drück eins, um dich vorrückend in den Blicken deiner Feinde zu entziehen. Das machen wir. Und hier haben wir ja den schnellen Angriff. Mit dem Bonusschaden. Bonusschaden. Schaltet beidhändiges Schwingen von Einhand. Waffenfrei erhöht den Schaden, der mit ihnen gemacht wird. Durch einen Waldläufer-Schlag erhöht den Schaden. Das da machen wir. Weil wir haben ja zwei Handwaffen und das erhöht den Schaden durch Bogenangriffe. Sehr gut. Das machen wir. So, dann können wir jetzt schneller Bogen ziehen. Oh, oh. Die kann man nicht mal töten, die Viecher. So, gut. Wer hat auf uns geschossen? Aber was ist dieses Zeichen da oben? Mal gucken. Gibt's da irgendwas? Nein. Das sieht mir so aus wie da. Ah, der muss repariert werden. Der ist schon relativ hier am Arsch. Haltbarkeit ist auf 19 Runde. Herkunft Org. Jetzt sind wir mit dem Schwertzimmer auch gut dabei. Ansonsten haben wir nichts Neues. Nee. Aber wie können wir... Ah, da müssen wir wieder zum Beispiel zurück gehen. Wichtiger Punkt. Finde den Weg durch das Tor. Oh, was ist das für ein wichtiger Punkt? Da krabbelt jemand. Ich hab kein gutes Gefühl... Sag einmal. So passt die Maus doch. Ah, die... Nee, die bewegt sich nicht richtig. Hm. Okay, ja. Gut. Da müssen wir dann damit leben. Schauen wir mal. Vielleicht finden wir auch mal wieder ein Geheimversteck. Der Waldläufer. Das wäre natürlich auch mal was Feines. Haben wir schon länger nicht mehr. Glaube ich zumindest. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Da hinten ist auf jeden Fall nichts. Stimmt, da unten sind noch Kisten. Ich wollte euch mal fragen, was haltet ihr eigentlich von diesem Der Herr der Ringe online? Also vielleicht hat es auch der ein oder andere von euch gespielt. Oder spielt es noch? Weil es hat... Er hätte mich auch mal recht interessiert. Das Tor hier ist geschlossen, oder? Nehme ich jetzt mal an. Kaufen. Bringt uns nichts wirklich. Okay, was haben wir hier noch? Oh, Bogen des Bogenschützen. Alles klar, okay. Ich würde sagen, den kaufen wir uns natürlich mal. Dann haben wir hier... Was ist das? Waffe für die linke Hand. Es ist ein Schild. Alles klar. Und hier haben wir ein Ding. Neue Stiefel. Verkaufen. Eine neue Hose, aber die haben wir ja bereits. Okay. Neh, Hut und Plusplatten haben wir. Gegenstände. Ich glaube, wie viel haben wir? Ach, kauf mal. Einfach mal. Verkaufen. Da verkaufen wir halt einfach mal. Das, was wir nicht anhaben. Ein bisschen Geld und so. Oh, Schwörter. Haben wir auch viel zu viele. Oh. Ich habe jetzt die Hose. Ich habe die Sachen, die ich gerade gekauft habe, habe ich jetzt wieder verkauft. Kann das sein? Ne, wir haben uns hier nur die Stiefel und den Bogen und... Was haben wir uns noch gekauft? Also wir haben den Bogen haben wir uns gekauft. Oh, 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 oh. Fuck. Keine Ahnung. Wir enden. Dann Inventar. Also jetzt haben wir 40 Pfeile. Okay. Das wollen wir dann aufräumen hier erst mal. Oh, der sieht geil aus. Sieht zwar nicht so gut aus, aber okay. So, jetzt haben wir einen neuen Bogen. Oh, hübsch. Okay, jetzt können wir... Ich drücke jetzt mal auf die 1. Ah, okay. Ich freue mich schon, wenn wir wieder ein neues Schwert bekommen. Da ist noch eine Truhe zum Öffnen. Perfekt. Münzen, Helm aus den Nordhöhen und ein silbernes Armband. Bringt uns der Helm was? Nee. Lauf doch bitte zur Seite, Kumpel. Das ist der Hebel. Aha, ich nehme jetzt mal an, das ist hier irgendwo versteckt. Verschlissener Helm. Hm, okay. Ein Helm. Ein Helm ist natürlich immer gut. Aber der bringt uns nichts. Können wir das trotzdem ziehen? Hallo. Hebel ziehen. Mach mal. Und dann geht es auf. Der Weg voran ist frei. Gut, dann laufen wir wieder runter und... Ah, läufst du? Bitte, danke. Jetzt werden sie uns gleich wieder angreifen. Ich habe kein gutes Gefühl. Speichert. Der hier ist. Sie kommen direkt auf uns zu. Schlagt sie nieder. Wir können ihre eigene Waffe gegen sie wenden. Richtiger Punkt. Da ist die Zitterdämpfe gleich da oben. So, jetzt steckt uns die Schildkappe und dann los. Der Tod soll euch holen. Oh, oh, es sind ganz schön viele. Wir kämpfen wie eine Einheit. Wir sind eine Einheit. Boah, wo kommt ihr denn jetzt halt her? Oh, jetzt steckt uns der Schildkappe und dann los. Bam. Final Hit. Jetzt kämpft ihr immer noch. Oh, oh. Dann kümme ich mich um die Seite und ihr euch um die... Ja. Danke, dass ich mich so auf euch verlassen kann. Da kannst du voll die Punkte sammeln, wenn die noch abschießt. Wenn der umfällt. Aber ich werde schon wieder von der Seite beschossen. Ach, Kumpel. Sonst noch irgendwo? Irgendwo? Da kommen sie auch... Die Kleinen regen mich was auf. Die sind so blöd nervig. Dam, dam. Gespann, ob da auch noch bessere Gegner kommen. Ja, komm. Okay, feuer mal einfach wieder neu. Der Exploder. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Na, ich hab da schon drang genommen, mein Kumpel. Du brauchst gar nix. Kriegst auch nix. Also so wirklich viel schneller schießen wir jetzt halt halt auch nicht. Aber jetzt müssen wir erstmal hier sammeln. Sammeln. Da geht was. Warum kommen die eigentlich immer, wenn's vorbei ist, die anderen zwei? Ist hier nicht irgendwas? Nee, da hoch kommen wir nicht, glaub ich, oder? Kommen wir hier rum? Nö. Nö, 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 nö. Dann laufen wir lieber mal da rüber. Kommen wir natürlich auch nicht. Und da liegt auch noch was. Sonst haben wir nichts übersehen, okay. Okay, da Schiffis. Schiffe. Da kommt schon wieder einer angelaufen. Da stehen sie. Aber bevor wir die angreifen, machen wir an der Stelle hier einen Break. Heute mal ein bisschen kürzer. Aber dennoch genauso Action geladen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und zwar dem nächsten Part wieder dabei. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Und auf Wiedersehen. Ich bin's. Euer Flashy. Ciao.